Herzlich willkommen auch in dieser Woche mit Free Stocks und Fit for Finanzen zum Format Aktien im Fokus. Wir haben den Dow Jones Gewinner der Vorwoche und jetzt darf schon mal gerätselt werden, wer das wohl sein mag. Hallo Roland erstmal. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Du weißt es selbstverständlich, dir kann man da nichts vormachen bei den Aktien, oder? Ganz genau, es war nicht nur der Gewinner der Vorwoche, sondern auch schon der Vorvorwoche, also zweimal in Folge der Top-Wert im Dow Jones. Es geht um die Intel Corporation, da möchten wir heute nochmal ein Update zu liefern. Ja, und da kann ich mich tatsächlich zu erinnern zu Intel, dass ich damals auf dem Schulhof die RAM-Chips und so weiter getauscht hatte. Also RAM-Chips, wenn man es zusammenzieht, ist es jetzt, da kriegt man nicht mehr viel für 1 MB oder 2 MB, aber die waren damals tatsächlich alle noch zum Anfassen, die Bauteile. Ganz genau, sowohl die Prozessoren, die man hier auch im Bild sieht, als auch die RAM-Chips, war noch sehr zum Anfassen, einzelne Bauteile, die man auch selbst zusammenbauen konnte. Heute ist es teilweise doch komplexer und auch komplizierter. Und ja, Intel hat eine lange Historie hinter sich. Also los ging es schon 1968 entsprechend hier in Kalifornien, gegründet entsprechend von Gordon Moore und Robert Neuss als Moore & Neuss Electronics. Das war der ursprüngliche Unternehmensname, der dann entsprechend später geändert worden ist. Und das ursprüngliche Ziel waren dann auch zunächst die Arbeitsspeicher für Computer, entsprechend die hier entwickelt werden sollten. Ja, und das ging rasant voran, auch mit der Speicherkapazität und der verfügbaren Ausdauer im Gerät, muss man sagen. Denn im Arbeitsspeicher werden ja die Prozesse nacheinander ausgeführt und nicht immer parallel. Ansonsten kommt es zur Verstopfung und da ist es nämlich wichtig, wenn man sich einen Computer zum Beispiel selber zusammenstellt oder die Spezifikationen für einen Laptop erstellt, dass man darauf achtet, möglichst genug Arbeitsspeicher für die Prozesse zu haben, die man macht. Also wer nur eine E-Mail schreibt, da mag es egal sein, aber spätestens bei Grafikbearbeitungen, da wird es dann haarig. Ja, das spielt der Zwischenspeicher eine große Rolle. Bis Mitte der 80er war dann auch dieses RAM-Geschäft das Hauptgeschäftsfeld von Intel. Seit 1983 hat man dann auch begonnen, Mikroprozessoren zu entwickeln und das wurde dann später auch eine der Hauptumsatzquellen von Intel. Die meisten kennen sicherlich die i3, i5, i7 Prozessoren aus dem PC-Bereich. Für etwas hochwertigere Produkte oder PCs gibt es dann auch die Xeon-Prozessoren, die insbesondere dann auch für Unternehmens-PCs oder auch für Grafikanwendungen interessant sind. Also da hat man schon ein sehr, sehr breites Produktportfolio, was die Mikroprozessoren anbelangt, über die Jahre aufgestellt und entwickelt. Ja, das kann man tatsächlich als Gesamtbauteil noch anfassen in die stationären Desktop-Rechner, wie es so schön heißt, einbauen und verarbeiten. Für Privatanwender ist das sicherlich auch ein Begriff. Ansonsten kriegt man sie kaum noch in die Hand, vor allem nicht die kleinen Prozessoren. Die wären in einem Cleanroom hergestellt von Robotern. Also auch da ist da kein Mensch mehr tätig, weil das so kleine Bauteile sind, die kann man sich gar nicht anschauen. Wo sie auch mit verbaut werden, sind natürlich auch in den Tablets. Und da geht die Entwicklung bei den Privatanwendern dahingehend, dass immer mehr die tragbaren Computer zunehmen, also so ein Desktop gar nicht mehr state of the art ist, weil man auch mobil arbeitet, weil man unterwegs mit seiner Informationstechnologie immer alles dabei haben möchte. Und gerade wenn Microsoft jetzt in den nächsten Wochen die neuen Surface-Modelle vorstellt, bittet, wollte ich schon sagen, zittert Intel ein bisschen mit, dass da reißender Absatz stattfindet, denn die liefern nämlich Teile zu. Ganz genau, das ist ein wichtiger Abnehmer, die Microsoft für die Surface, da die Intel-Prozessoren verbaut werden. Und wenn natürlich da die neue Surface-Serie gut ankommt, hilft das natürlich auch dem Umsatz von Intel. Genau. Und du hast schon angesprochen, dass natürlich auch bei großen Rechnern, bei großen Rechnern in Unternehmen die Intel-Teile zum Einsatz kommen und verbaut werden. Gerade beim Thema künstliche Intelligenz, das war ja so ein bisschen das Thema, was in diesem Jahr für die höchsten Kursfantasien gesorgt hat. Da ist Intel jetzt mittlerweile auch mit dabei und stellt jetzt ganz offensiv auf der Homepage die Vorteile gegenüber der Konkurrenz dar. Ja, genau. Da war man vielleicht auch etwas spät dran im Vergleich zur Konkurrenz. Da haben doch andere einen gewissen Vorteil jetzt gehabt. Aber Intel ist entsprechend nachgezogen, hat jetzt auch viele seiner Prozessoren KI-fähig gemacht bzw. sogar neue Serien entwickelt. Und ja, da denke ich, versucht man jetzt aufzuschließen über die nächsten Monate und dann vielleicht auch von den großen Umsätzen zu generieren, die vielleicht jetzt Nvidia schon aus dem KI-Geschäft herausziehen konnte. Und ja, versucht auch auf diesen Zug relativ spät, aber vielleicht nicht zu spät aufzuspringen. Ja, das sollte man sich nicht so vorstellen, dass es einfach ein Chip ist, der KI heißt und los geht's. Nein, da braucht es auch spezielle Software, die das Ganze hier aussteuert von den Kapazitäten. Die dürfen auch nicht heiß laufen und so weiter und so fort. Also das wird parallel von Intel auch noch mit angeboten. Und dafür braucht es auch dann Produktionsstätten, die vielleicht nicht nur an einem Ort liegen, weil die Transportwege sonst zu lang sind, sondern international verzweigt sind. So hat man schon seit mehreren Jahren gehört, dass in Deutschland ein Standort etabliert werden soll. Die Grundsteinlegung ist schon vollzogen. So soll es dann auch mal aussehen. In Magdeburg gleich um die Ecke eine Gigafabrik entsteht. Genau, und da gibt es auch große Subventionen von staatlicher Seite entsprechend, um diese mehr als 10.000 Arbeitsplätze entsprechend hier in Deutschland, in Magdeburg zu schaffen. Von daher, es ist noch nicht komplett durch. In Brüssel muss dem Ganzen noch zugestimmt werden dann entsprechend auch zu gewissen EU-Subventionen. Aber es sieht sehr gut aus, dass dann in Kürze da begonnen werden kann, auch entsprechend die Chips hier zu produzieren. Das ist ja auch nochmal für den Standort Deutschland eine sehr, sehr schöne Sache und zeigt, dass wir als Land auch zukunftsorientiert mitbestimmen oder mitdenken können. Auf den in den kommenden Wochen stattfinden Intel Innovation Days werden dann von Entwicklern und sicherlich auch vom Fachpersonal aus anderen Bereichen die Ideen geteilt und der Weg geebnet für die Zukunft. Die könnte in Richtung Fabless Production gehen, wie man so schön sagt. Denn ganz viele andere Hardware-Hersteller möchten ja ihre eigenen Chips haben, möchten also nicht zukaufen, wo Intel draufsteht. Aber letzten Endes kann das ja auch in der Intel-Fabrik geschehen. Ganz genau. Und da geht Intel jetzt entsprechend auch die nächsten Schritte entsprechend, dass man dieses Foundry-Business entsprechend als eigene Geschäftseinheit dann auch führt entsprechend und abspaltet von der eigentlichen Produktionseinheit. Und dann wird man vielleicht auch flexibler werden. Man wird dann auch für andere Hersteller zum einen auch produzieren können Chips, was bisher nicht der Fall war, sondern man hat ja nur eigene Chips hergestellt beziehungsweise dann auch noch zugekauft, auch unter anderem von TSMC auch produzieren lassen. Aber indem man das jetzt entsprechend hier aufspaltet als eigene Geschäftseinheit, wird das sicherlich auch von Vorteil sein, sowohl für die eigene Produktion als auch für die eigene Entwicklungsabteilung. Und da bin ich mal gespannt, ob Intel als eigener Kunde dann auch den Schritt noch bilanziell weitergeht, um zwei Unternehmen vielleicht an der Börse zu listen. Das wäre ja auch nochmal eine Idee, die die Fantasie nochmal nach vorne bringt für die Aktionärinnen und Aktionär. Das Jahr hat gar nicht gut angefangen, aber man sagt jetzt, in positiver Hinsicht ist vielleicht auch schon alles eingepreist. Und man kann positiv nach vorne blicken, wenn man den Prognosenglauben schenkt, soll auf alle Fälle die Marge nun wieder anziehen, auch der Umsatz. Ja, man hat zwei schwierige Jahre hinter sich. Man sieht hier Umsatzrückgang, Gewinnrückgang und so weiter. Aber der Boden soll in diesem Jahr erreicht werden und dann soll es wieder aufwärts gehen hier entsprechend. Das sieht man auch an diesen Charts. Also man hofft, dass der Turnaround gelingen kann jetzt in den nächsten zwei Quartalen und dann wieder bessere Jahre hier auch im Raum stehen. Sowohl Umsatzwachstum als auch Gewinnwachstum als auch wieder höhere Margen werden angepeilt in den nächsten Jahren. Und ja, damit kann man sich vielleicht auch der Euphorie, die andere Chip-Hersteller schon in den letzten Monaten hatten, wieder anschließen. Und dann kann vielleicht der Aktienkurs da auch wieder beginnen zu steigen in Regionen, die wir zuletzt vor zwei Jahren vielleicht gesehen haben. Ja, und damals gab es tatsächlich ja auch Margen von bis zu 32 Prozent. Das ist noch nicht in der Region, wo Nvidia momentan arbeitet, aber es wäre schon mal schön, überhaupt dort anzukommen. Wenn man in die Bilanz direkt reinschaut vom KGV her, ist der Wert, wenn wieder Gewinne erwirtschaftet werden, ja durchaus attraktiv. Ja, durchaus nicht unattraktiv. Von daher, da kam das KGV auch stark zurück in den letzten Jahren. Und dann könnte es durchaus interessant sein, wenn man da auch wieder deutlich schwach zu zahlen hier liefern kann, über mehr als ein Quartal, dass da auch wieder Investoren auf breiter Ebene in diesen Wert einsteigen. Die Analysten, die sind eher gespalten. Aufhalten sind die meisten Positionen. Und was mich so ein bisschen aufhorchen ließ, ist, dass Goldman Sachs, Shepi Morgan, also die Großen, sogar eine Verkaufsbewertung abgegeben haben. Trotzdem der Kurs aber gestiegen ist. Er war ja der Wochengewinner letzte Woche im Dautschon. Sind die auf dem falschen Weg unterwegs? Kann ja auch mal sein. Oder haben wir da was übersehen? Es ist durchaus möglich, dass die natürlich auch falsch liegen, die Analysten. Das sieht man doch auch häufiger. Ja, es gab natürlich auch schon einen schönen Run in diesem Jahr. Jetzt die Aktie ist ganz gut gelaufen in den letzten Wochen, aber auch schon Monaten. Im laufenden Jahr sind es mehr als 40 Prozent Zugewinne. Das ist sehr, sehr ordentlich, wenn man sieht, was die Aktie im letzten oder auch im vorletzten Jahr hingelegt hat. Von daher denkt der ein oder andere Lys sicherlich, dass jetzt auch mal ein Zwischenziel erreicht worden ist und vielleicht die Aktie auch mal für den Zeitraum noch mal seitwärts konsolidiert. Aber charttechnisch sieht das auf jeden Fall aktuell recht positiv aus, nachdem der Boden ausgebildet worden ist und die Aktie jetzt das Momentum auf der Oberseite aufgenommen hat. Ja, da vertraue ich in dem Fall nicht Goldman Sachs und JP Morgan, sondern deine Chartanalyse. Ja, da schauen wir uns die Aktie gerne etwas näher an und starten hier auch im Wochenchart. Da sieht man zunächst diesen Abwärtstrend über mehr als zwei Jahre, die Seitwärtskonsolidierung Ende des letzten Jahres. Und wenn man dann etwas reinzoomt, sieht man auch, dass die Aktie dann zu Beginn diesen Jahres angefangen hat anzuspringen. Es gab noch mal einen Rücksetzer und dann aber den nächsten Aufwärtsimpuls. Und dann hatte man es zuletzt recht schwer, über diesen Widerstandsbereich bei ca. 36 bis 36,5 Dollar zu steigen. Aber das ist jetzt in der letzten Woche letztendlich gelungen. Wir sehen mittelfristig hat sich hier schon ein schöner Aufwärtstrend etabliert in den letzten drei Monaten. Wir sehen den 50 über dem 200-Tage-Durchschnitt liegen auch alle aufwärts gerichtet. Das ist positiv. Und nach diesem Test des 100-Tage-Durchschnitts jetzt der nächste Impuls auf der Oberseite. Man hat diesen vormaligen Widerstandsbereich durchbrochen entsprechend und notiert aktuell auf Jahreshochs. Das ist sehr positiv zu werten. Und wenn man etwas rauszoomt, sieht man, dass hier durchaus noch Potenzial vorhanden sein kann nach dieser initialen Bewegung. Ich denke, das nächste Ziel auf der Oberseite ist zunächst die runde Marke von 40 Dollar. Und darüber könnte dann auch mittelfristig dieser potenzielle Widerstandsbereich bei 44 bis 45 Dollar erreicht werden. Das war ein Bereich, der im Frühjahr des letzten Jahres schon relevant war über einen gewissen Zeitraum und könnte dann vielleicht eine gewisse Hürde darstellen, wenn er erreicht werden kann. Ein guter Freund von mir, der hat wie so ein Haushaltsbuch, ein Buch, wo er seine Börsenerkennnisse reinschreibt und seine Analysen wegheftet. Und da ist außendran ein Aufkleber Intel Insight. Und ja, die Aktie schon länger, das fand ich auch ganz witzig. Ja, eine interessante Anekdote. Von daher, ich finde es auch einen spannenden Wert. Der ist nicht ganz so volatil, wie man es vielleicht von anderen Chip-Herstellern her kennt. Aber dann vielleicht ein etwas defensiver Wert, der aber durchaus geeignet ist auch zur Diversifizierung eines langfristigen Portfolios. Aber auch aus Swing-Trading-Sicht sieht man, dass hier durchaus mal 10 bis 20 Prozent auch im relativ kurzfristigen Zeitraum möglich sind. Von daher durchaus mal auf die Watchlist legen und beobachten. Und bei einem potenziellen Rücksetzer ist das durchaus auch wieder eine Kaufgelegenheit. Das machen wir. Danke für den Impuls, Roland Jägen. Und bis zum nächsten Format Aktien im Fokus. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.